Herzlich Willkommen hier zu einer weiteren Folge der Arsch, Person 128. Das Gas ist trocken wie ein Heu. Unsere Ernte ist noch nicht fertig. Das heißt, es macht nichts. Wir werden gleich mal beginnen, der Zug da runter zu fahren. Ja, fahren wir runter. Und dann werden wir uns die Ballen pressen, anfangen. Ganz kurz mal hochklacken. Und den auch. Ganz kurz mal Lenkung aktivieren. Das ist genau ein Blick, ganz kurz. Ich wollte was nachschwatten. Das machen wir gleich. Und zwar am Anfang, wo der Prinzip verkehrt gegangen ist. Das machen wir manuell. Das ist nicht viel. Machen wir Licht. Es ist ein paar Sommer, wenn es trotzdem noch ein paar dunkel ist. Oder wenn es nicht gerade hell ist. Das ist gerade schon wieder gewachsen. Das glaubst du gar nicht. Jetzt können wir noch die anderen Wiesen machen. Ebenfalls. Zu heu. Die klappen wir jetzt schon aus. Die Arbeitsplatte könnte zu breit sein dafür. Aber ich versuch's mal. Eine der Bahnen war nicht so schön. Oder ich mach hier von vornherein mit Quatten. Ich werde die ganze Zeit mit Quatten. Oder? Guck mal hier. Unser Gerät wird so breit. Ich muss ja da und da machen. Und da sind beides. Oder ich mach eins und beide Bahnen. So geht er auch. Das wird sogar funktionieren. Und nimmt dann mir das hier mit? Noch nicht ganz. Müsst sich ein bisschen tricksen. Das heißt. Wie macht das mal nach diese Richtung? Das wir die Bahn behalten. Und dann fahren wir nochmal. Das geht ja nicht. Das geht schon. So. Das heißt. Kurz nachdenken. Ich muss ja auch mal nachdenken. Das muss ja auch mal hier drauf sein. Ich halt nicht daneben liege. Dann nicht daneben. Das ist immer umsonst. Ja das reicht so. Wo passen wir denn? Die haben die Bahnen mit nachkressen. Irgendwann passen wir jetzt an. Ich muss sagen. So. Jetzt stellen wir auch mal. Das Nebenfeld hin. Ich habe den Kurs programmiert. Dann werden wir gleich bei gehen und Lkw herfahren. Das Heu dann gleich abholen. Sondern die Stellen wo er wenden muss. So. Also einmal. Den da oben nehmen. Das ist der linke. Und der andere wird der rechte sein. Im Grunde ist egal. Aber ich habe mal links begonnen. Von links. Fangen wir links auch wieder an. Linken Seite meine ich jetzt. So. Das Programm hatte ich ja gespeichert gehabt. Das war hier 412 Main. So. Global Company. Da habe ich mal geguckt. Dann habe ich den Abwick gefunden. 1212. Flügen Mehl. Oh. Mehl 1212. Verband 10 Mehl. So. 1 rechts. Links. Versatz machen wir. 0. Dann nehmen wir gleich mal einen zweiten. Das ist der hinten. Mal kurz mal Sprint machen hier. Ausdauerlauf. Den fahren wir jetzt dahil, wo der andere steht, und wir werden den uns rechten eintragen. Die beiden kann ich für Aura als Rückfall machen, und den LKW holen wir gleich. Hier werden wir kurz kopieren. Das sind viele Fahrzeuge, 30 Meter, kommt hin. Du bist der linke, der rechte, richtig, rechts. Jetzt den ersten Weg kommen. Wir werden jetzt schon hinfahren in die Richtung, wo beide starten, und dann gucken, dass die beide auch richtige Spur anfangen. Dann müssen wir wieder alles hinterher nacharbeiten. So, so habe ich das angefangen. Da, stopp. Dann fängt der vorne an. Lass uns den mal fahren, ne? Ja gut, da habe ich einen Kurs näher vor und anders gerechnet, weil beim neuen Laden war der Kurs weg, da musste ich ihn mal überrechnen lassen. Und er hat wahrscheinlich auch mehr Geld gemacht. Aber er macht auch nichts. Jetzt fängt er halt. Es rückt neu. Und er will dabei sein. Vertrau den Kugelbar nicht. Die Linke muss der linke Ausspruch sein, ne? Wenn er so gedacht, dann müssen wir ihn doch ein bisschen versetzen und zwar seitlich dann gehen wir ein bisschen rüber, das ist ja ein richtiger Mittel Jetzt habe ich die richtige Spur gefunden, jetzt können wir ihn im Prinzip von Null beginnen lassen. Ne Oh und beefed up No, es ist kurz. Nothing. So, cruiser. Ach, toll, das passt. Schauen wir mal, wie er so macht, ob wir aufsetzen müssen. Aktivieren wir recht kurz, ne? Macht er richtig? Okay. So, jetzt ist er noch ein Gaspar. So, wir müssen das besetzen. Einfach klar. Aber erstaunlicherweise, ich könnte noch ein bisschen, aber es geht so. So, passt da. Der erste Ballen ist ja. Ja, krass. Ja, krass. So. Dann werden wir gleich mal. Der Lkw war der vergleichbar. Beim Mist. Starten wir nochmal fix. Ich dachte ja nun, dass es ein Reif wäre, aber er hat sich nun nicht bewahrheitet. Wir können auch nebenbei voll das machen lassen. Macht er ja von alleine. Ich hab ein Haar. Das kitzelt. So. So. Zahnbarz und dann. Jo. So. Hallo Loth. Wahnsinn. Dann können wir gleich Heu rein fahren. Entweder ins Lager oder gleich ins Futtermaschernlager. Sobald das alles runtergefachert ist, wird er gedüngt. Wenn das nicht, normalerweise nicht. Die anderen Wiesen sind alle gedüngt. Das muss immer noch hoch gewachsen. Leider ist ja der andere nicht gewachsen. Ne. Dann fahren wir nach oben lang. Ist nicht so tragisch. Wo der globaler Markt geht, kommen wir nicht dazu. Also sollte gehen wir mal selber. Es gab ein Update. Neue Server Software. Und deswegen hat es vorgegeben. Ja. Man kann ja auch den privaten Server nehmen. Also privat. So. Da sind wir. So. Was haben wir denn das? Ballen haben wir nicht gerade schon. Wunderbar. ja die wahl ist schon gewachsen aber nicht so kann man auch düngen das heißt sobald wir bisschen luft haben kommt sofort ein dünger fahrzeug hier gerade weg gestellt aber wie gesagt wir müssen die ersten reihen sofort wegräumen weil wenn wir die feldreihen machen dann ist sofort ein problem dass man hier bei meni in der mitte angefangen habe ich aber teilweise hier beim zweiten mal nicht angetauschen na gut gestern gegeben oder In einen wollte ich Kalk reinmachen, damit wir die Paletten wegkriegen, ist ja lästig. Da standen nämlich zwei Stück. Kann nicht viel sein. Das wollte es nicht nehmen. Flare hier. Ein paar hat er genommen. Aber spätestens, wenn ich hier mit All Drive die Lage anschließen will, dann muss ich hier wechseln. N, 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 N. das soll es heute gewesen sein, schon lange ein bisschen erzogen, immer schönen Dank fürs Heitschauen, tschüss und tschau 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 tschüss.